Gibt es mir mal diesen Kranz? So, Mutti, das passt aber auch wieder mit deinem Outfit. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hätte Ole gefragt, ob er noch alte Stiefel hat. Kann ich den Pudi noch ausziehen oder aufmachen? Ja, einfach hinsetzen. Schaut euch noch mal an und ihr quatscht da noch ein bisschen. Und brust euch noch mal zu, dass ihr noch mal antaut. Ja, sehr schön, genau so. Ja. 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 Ja.